Terroristen, Kopfgeldjäger, Mafiosi, Serienkiller, sie alle fragen sich derzeit nur eins. Wann kann man endlich wieder wen umbringen, ohne dass es hinterher heißt, der Stab an Corona, zehn Kugeln im Bauch, aber Corona, sein Kopf ist verschwunden, typisch Corona und was ist mit der Axt im Rücken, das ist eine Vorerkrankung. Ob Anschlag oder Ehrenmord, Corona heimst die Lorbeeren ein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020